Servus Leute, was geht? Ich bin Marco Pole von Flirt Empire und heute in diesem Video werde ich dir verraten, wie du es in Zukunft vermeiden kannst, dass dein Partner oder deine Partnerin dir fremd geht. Als allererstes schauen wir uns dafür die Anzeichen an, woran du erkennen kannst, ob dein Partner eventuell schon innerlich planfremd zu gehen. Dann schauen wir uns die Gründe an, warum Menschen in der Regel wirklich am meisten fremd gehen. Und dann zeige ich dir Techniken und Tricks, wie du pre-framen kannst, dass dein Partner in Zukunft nicht mehr fremd gehen will und wie du es einfach vermeidest. Also bleib dran, nach dem Intro geht es weiter. Du schaust dir dieses Video vielleicht an, weil du das Gefühl hast, dass dein Partner dir fremd gehen könnte, eventuell schon fremd geht. Oder du schaust dir das Video an, weil du es in Zukunft vermeiden möchtest, dass irgendeiner deiner Partner oder Partnerin dir fremd geht. Beides super gute Gedanken, aber du musst als allererstes erstmal Screen lernen, also beobachten, analysieren können, was die Anzeichen deines Partners sind, wo er durchscheinen lässt, dass er möglicherweise gerade drüber nachdenkt, fremd zu gehen. Es ist wie beim Poker, irgendwann erkennst du die Anzeichen einer Person, wenn sie blöft oder wenn sie die Wahrheit sagt. Und wenn diese Person nicht wirklich ihre ganze Energie darauf konzentriert, es vor dir zu verstecken, dann kannst du es auch herausfinden, indem du nachbohrst. Jetzt zeige ich dir die Anzeichen, woran du erkennen kannst, dass dein Partner möglicherweise eine Fremdgeherei plant. Dein Partner ist besonders freundlich, will großzügig sein dir gegenüber und bemüht sich mehr mit kleinen Dingen, aber so auffällig mehr. Gestern hat er sich noch nicht bemüht und heute auf einmal schon. Und du fragst dich warum, weil dazwischen ist nichts passiert, außer vielleicht, dass er sich mit seinen Freunden getroffen hat. Dein Partner will neue sexuelle Praktiken ausprobieren, allerdings lässt auch gleichzeitig das sexuelle Verlangen nach dir nach. Ihr habt nicht mehr so viel Sex und dein Partner kommt dann an mit neuen Ideen und neuen Inspirationen, zu denen du vielleicht in der Vergangenheit schon Nein gesagt hast, aber dein Partner bringt es erneut auf den Tisch und im Endeffekt setzt er dir damit sogar ein neues Ultimatum. Entweder du machst es oder ich hole es mir woanders. Nur sagt er das natürlich dann nicht. Dein Partner macht auf einmal plötzlich super viele Überstunden, ist die ganze Zeit auf der Arbeit und kommt auch nicht mehr so früh nach Hause. Dein Partner fängt plötzlich an, die ganze Zeit heimlich rumzutelefonieren und sobald du ins Zimmer kommst, legt er hektisch auf oder bricht das Gespräch ab, auf natürliche Art und Weise, aber telefoniert nicht mehr weiter mit der Person. Weiterhin sucht dein Partner Veränderung. Entweder klamottentechnisch, Haare, irgendwie einfach nur Veränderung. Das ist so ein Anzeichen dafür, dass dein Partner nicht mehr glücklich mit seiner Situation ist und irgendwas verändern möchte. Dein Partner verhält sich auf einmal so muffelig und ausweichend, hat die ganze Zeit schlechte Laune, kritisiert die ganze Zeit rum. Wenn du irgendwas machen willst, zum Beispiel wie ins Schwimmbad gehen, dann sagt dein Partner, heute irgendwie nicht so Lust, weicht dir die ganze Zeit aus, hat auch plötzlich völlig neue Interessen. Man will gar nicht mehr das machen, was du die ganze Zeit cool fandest und sagt, hey, nee, ich will jetzt unbedingt was anderes machen. Du hast die ganze Zeit Playstation gespielt mit deinem Partner, für deinen Partner ist das irgendwie langweilig geworden. Nein, dein Partner will jetzt die ganze Zeit ins Fitnessstudio gehen. Frag dich mal, warum. Dein Partner verhält sich vorwurfsvoll und kritisierend dir gegenüber. Und egal was du machst, egal wie viel Mühe du dir gibst, du kannst es deinem Partner nicht mehr recht machen. Dein Partner ist irgendwie nicht mehr glücklich. Und nicht nur, dass dein Partner nicht mehr glücklich ist, sondern du hast das Gefühl, dass dein Partner mental abwesend ist. Er ist gar nicht mehr da, hört dir gar nicht mehr richtig zu, ist ganz woanders mit seinen Gedanken. Und währenddessen weicht dein Partner sogar deinen Blickkontakt aus. Also traut sich nicht mehr, dir länger in die Augen zu schauen. Und zusätzlich wirft dein Partner noch gemeinsame Regeln einfach so über Bord. Ohne das mit dir vorher abgesprochen zu haben. Dein Partner hält sich nicht mehr an Regeln, die ihr irgendwann mal gemacht habt und die ihr die ganze Zeit befolgt habt. Und dein Partner macht plötzlich was ganz anderes. Und zusätzlich trifft dein Partner sich eventuell auffällig häufig mit Freunden. So, jetzt kennst du die Anzeichen dafür, dass dein Partner dir möglicherweise fremdgehen könnte. Jetzt musst du die Gründe verstehen, warum Menschen in Beziehung fremdgehen. Gründe fürs Fremdgehen. Dein Partner sehnt sich nach Liebe. Dein Partner hat das Gefühl innerlich, dass er dir mehr gibt, als dass er kriegt. Und dadurch entsteht so ein Ungerechtigkeitsgefühl in ihm. Das kennst du bestimmt auch, wenn du irgendwas für eine Person gemacht hast. Und du freust dich voll, dass du das gemacht hast und geschafft hast und du hast dir richtig viel Mühe gegeben. Und die Person sagt so, ja danke und das war's. Und schätzt es gar nicht, was du für diese Person gemacht hast. Und wenn du das ab und zu mal in deiner Beziehung gemacht hast und nicht richtig wertgeschätzt hast, was die andere Person, dein Partner für dich gemacht hat, dann kann es sein, dass dein Partner dieses Ungerechtigkeitsgefühl entwickelt und deshalb einfach sich das Gleichgewicht wiederherstellen will, indem er sich das holt, was er denkt, dass er verdient. Ein weiterer Grund, warum Menschen in Beziehungen fremd gehen ist, dass man einfach Partnerschaftsprobleme hat. Man hat einfach Streit, man entwickelt sich irgendwo auseinander. Es gibt super viel Stress in Beziehungen und damit kommt man einfach momentan irgendwie nicht so gut klar. Es ging vielleicht mal besser, aber momentan ist es echt schwer, weil es auch so viel ist und dann kommt noch der Job dazu und, 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 und. Wir sind alle nur Menschen und man hat einfach Partnerschaftsprobleme und dein Partner sieht einen Ausweg darin, mit einer anderen Person zu schlafen. Oder zumindest mal ein Ventil darin, mit einer anderen Person zu schlafen und das entlastet deinen Partner dann auch ein bisschen vielleicht. Ziemlich ähnlich dem ersten Punkt, sich nach Liebe sehen, ist der Punkt, sich begehrt fühlen zu wollen, ja, sich sexuell begehrt fühlen zu wollen von einer Person, die einem zeigt, dass man wirklich noch sehr attraktiv ist. In einer Beziehung kann es passieren, dass man bequem wird, dass man einfach, ja, dass man dem Partner weniger zeigt, dass man ihn begehrt. Einfach durch den Alltag bedingt und durch den Lebensablauf, dass man sich einfach auch mal in der Beziehung auf andere Dinge konzentrieren kann, eine Zeit lang. Aber es muss immer zwischendurch der heftige Impuls gesetzt werden, dass du deinem Partner zeigst, dass du ihn immer noch sexuell begehrst, sodass er wirklich auch das Gefühl verspürt, sexuell begehrt zu werden. Dein Partner ist auch eventuell sexuell unzufrieden. Dein Partner hat sexuelle Wünsche, irgendwelche Sachen, die dein Partner eventuell mit seinen Echsen gemacht hat und du hast das noch nicht so mit deinem Partner gemacht. Und dein Partner sehnt sich einfach nach diesen sexuellen Praktiken und bittet dich das auch vielleicht und du sagst ständig nein und dann denkt sich dein Partner, ja, ich habe aber Bock drauf. Und dann hat dein Partner auch absolut recht. Wenn du Bock auf was hast, dann hol es dir. Aber in diesem Zusammenhang musst du natürlich verstehen, dass du derjenige bist, der die sexuellen Wünsche deines Partners erfüllen muss, wenn du willst, dass dein Partner dir sexuell treu ist. Dein Partner will sich einfach für irgendwas, was du gemacht hast, was dein Partner denkt, dass du ihm angetan hast, rächen. Rache ist auch ein ganz, ganz großes Ding bei Fremdgeheaktionen. Wenn der eine Partner fremdgegangen ist, der andere kriegt es raus, dann denkt er, der hat einen Freischuss oder sowas. Ist natürlich nicht der Fall, ja, aber viele machen es halt deshalb und hier geht es halt um die Gründe, warum Menschen fremdgehen und das ist nicht immer rational, sondern sehr oft einfach emotional aus dem Moment heraus entschieden, dass man es jetzt einfach macht. Vielleicht hat man es einfach nicht vor, ist dann aber bei der anderen Person in der Wohnung gelandet und dann war es bequem und dann hat man ein bisschen was getrunken und dann ist es einfach passiert. So ist es halt einfach, ja, das musst du lernen zu akzeptieren und plus Eifersucht ist nur die Angst vorm Vergleich. Aber dazu sage ich dir gleich noch was dazu. Wenn eine Beziehung diese ultra krasse Routine bekommen hat, also wirklich so Routine, jeden Tag das Gleiche, immer wieder nichts Neues, ja, und das jetzt auch schon wochenlang, vielleicht schon monatelang, dann kann es sein, dass man sich einfach abnutzt, ja, man hat jetzt schon 50 Mal auf diese Art und Weise Sex gehabt, es wird auch irgendwann nicht mehr so spannend vielleicht und man nutzt sich einfach gegenseitig ab, ja, und das ist einfach so eine Sache, man will dann, man sehnt sich dann einfach nach was Neuem, das musst du einfach verstehen, weil wenn du das verstehst und weißt, hey, es war jetzt gerade diese lange Routinephase und es ist lange nichts Neues passiert, was musst du machen? Klar, du musst was Neues in die Beziehung reinbringen. Deshalb erzähle ich dir gerade diese Gründe. Du musst immer genau das Gegenteil machen, aber dazu kommen wir gleich. Ein weiterer Grund und der letzte, den ich jetzt nennen möchte, warum Menschen in Beziehungen fremd gehen, ist, weil sie die eigene Sexualität erkunden möchten. Gerade bei Frauen ist es so, wenn du ein Mann bist, erzähle ich dir einen Tipp. Viele Männer haben so diese Wunschvorstellung, eine Jungfrau kennenzulernen, mit ihr zu schlafen, sie zu heiraten und für immer zu halten. Und zu dieser Wunschvorstellung gehört natürlich auch, natürlich, dass die Frau einem treu ist. Aber das Problem dabei ist, du lernst die Frau kennen, ihr seid beide zum Beispiel 18 Jahre alt und ihr schlaft miteinander und ihr seid zusammen für drei Jahre. Was will eine Frau unbedingt wissen, nachdem sie das erste Mal Sex hatte? Wie sich ein anderer Schwanz anfühlt. Okay? Genau so, wie wir uns für nackte Frauen interessieren, für große Brüste und, 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 was es alles gibt. Ja, optisch. Genau so will eine Frau ein Referenzmodell, eine zweite Meinung nach dem Motto. Ja, ein zweites Erlebnis. Du wirst niemals, niemals eine Frau dazu kriegen, nur mit dir in ihrem Leben zu schlafen. Sie wird immer mit einem zweiten Mann schlafen wollen. Und wenn es grottig war mit ihm, super gut, freu dich, akzeptiere es, sie hat ihre Erfahrung gemacht. Aber du musst es akzeptieren, die Frau wird diese Erfahrung machen. Wollen. Und es ist auch vollkommen okay, wenn sie sich da ausprobiert. Aber du musst es einfach für dich wissen, dass wenn eine Frau wirklich nur dich als Sexualpartner hatte oder wenige Sexualpartner hatte und plötzlich kommt einer, der ihr was Neues bietet, wie zum Beispiel Bondage, Sadomaso-Spielchen, ein Dreier, irgendwas, was für sie neu ist, was sie mit dir noch nicht gemacht hat. Das wird für sie etwas sein, worauf sie Bock haben wird. Und du wirst es schwer haben, wenn die andere Person das Angebot richtig, richtig gut rüberbringt. Fremdgehen vermeidest du, indem du dich von Anfang an so verhältst, dass du deinem Partner keinen einzigen Grund gibst, dir fremdzugehen, weil er wirklich alles von dir bekommt, was er will. Und das tust du, indem du dich vor allem auf die folgenden Punkte konzentrierst. Gegenmaßnahmen, gegen Fremdgehen. Gib so viel du kannst und auch von dem, was dein Partner will. Begehre deinen Partner. Erfülle alle sexuellen Wünsche deines Partners und setz noch eins drauf. Tue nichts, wofür sich dein Partner rächen wollen würde. Erkunde und erweitere ständig deine eigene Sexualität. Sei immer das beste Pferd im Stall. Geh trainieren. Mach regelmäßig Sport. Halte deinen Körper fit. Und lerne gut zu kochen. Das ist ein richtig guter Punkt. So, das waren so die kleinen Tipps, wie du vermeiden kannst, dass dein Partner dir fremd geht. Weiterhin, setze Grenzen und definiere von Anfang an, was Treue ist. Meine Definition von Treue ist, seinem Partner gegenüber in jeder erdenklichen Situation loyal gegenüber zu sein. Loyal im Sinne von, man ist ein ewiges gemeinsames Team bis in den Tod. Und du kannst von anderen nur das verlangen, was du von dir selbst verlangst. Okay, also du kannst nur von deinem Partner verlangen, dass er dir treu ist, wenn du selber treu bist. Dazu mag es aber vielleicht konträr erscheinen, dass ich manchmal auch in meinen Videos empfehle, mit dem Mindset zu flirten, dass wenn man jemanden neu kennenlernt, man sowieso von Anfang an davon ausgeht, dass man sich irgendwann einmal trennen wird. Aber das eine ist das innere Mindset zum Schutz für dich selbst. Wenn du von Anfang an davon ausgehst, dass die Beziehung irgendwann mal beendet sein wird, dann kann es nur noch besser kommen und du bist nicht überrascht und fällst aus allen Wolken, wenn eine Trennung passiert. Aber dieses Mindset dient nur deinem Inner Game. Das würdest du niemals so gerade heraus deinem Partner sagen, weil es ihn verletzen und der Beziehung schaden könnte. Tatsächlich ist es aber zuträglich für die Beziehung, wenn du so denkst, denn dadurch vermeidest du auch Fehlverhalten bei dir selbst, das häufig durch die Angst entsteht, wenn wir davor Angst haben, jemanden zu verlieren. Und by the way, lebst du erst ein richtig geiles Leben, wenn es dir egal sein kann, dass dein Partner dich verlässt, weil dein Leben so geil ist. Und das ist das eigentliche Ziel von Pickup, Unabhängigkeit, Autark sein, das ist alles Inner Game. Das andere ist die Einstellung, die du nach außen hin vertrittst, dein Outer Game sozusagen. Hier definierst du gemeinsame Werte und Normen mit Außenstehenden und in dem Fall mit deinem Partner, was Treue ist. Dein Inner und dein Outer Game können beide dem gleichen Zweck dienen, und zwar einer glücklichen Beziehung. Sei dir dessen immer bewusst, wenn du irgendwas sagst, denkst oder handelst. Kommunikation ist das A und O, wenn es darum geht, den Partner dazu zu bekommen, treu zu sein. Sexuelle Treue ist aber nicht das A und O einer glücklichen Beziehung. Eifersucht ist die Angst vorm Vergleich. Deshalb jetzt mein bester Tipp. Arbeite ständig an dir selbst. Verbessere dich in allen Dingen, die du kannst. Ständig und immer. Immer, 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 immer. So, dass du keine Angst haben musst vorm Vergleich, weil du die Nummer 1 bist in Sachen Hobbys, Beruf, Familie, Liebesleben, Freunde, Partys und so weiter. Du merkst, worauf ich hinaus will. Du bist einfach die Nummer 1, weil du dich in all diesen Bereichen, auf die es ankommt, extrem weiterentwickelst, nicht stehen bleibst und einfach das tust in erster Linie für dich und gleichzeitig das Glück deines Partners über deins stellst. Ab und zu ihm zeigst, dass er dir wichtiger ist, als dein eigenes Wohlergehen. Das ist so eine Sache, so diese leichte Selbstaufopferung. Jedes Mal, wenn man merkt, hey, guck mal, der hat sich gerade für mich aufgeopfert, dann willst du etwas zurückgeben, weil diese Person dich wertgeschätzt hat und dir einfach gezeigt hat, was du dieser Person wert bist. Und das ist etwas, was extrem mächtig ist als Waffe, wenn du vermeiden willst, dass dein Partner dir fremd geht. Baue Kleinigkeiten mit ein, koch mal für deinen Partner aus einer Überraschung. Das muss nichts Großes sein, sondern Kleinigkeiten. Koch mal für deinen Partner als Überraschung. Bring ihm irgendeine Lieblingsschokolade mit oder irgendeine neue Schokolade. Einfach nur so Kleinigkeiten. Ich habe auch schon Videos gemacht, wo du sehen kannst, 10 Dinge, wie ich meine Freundin glücklich mache. Schau dir auch das an. Sei einfach ein All-Complete-Mensch, sodass du keine Angst mehr vom Vergleich haben musst und dein Partner bei dir alles bekommt, was er sich wünscht. Und sobald du diesen Status von einem All-Complete-Mensch erreicht hast, wirst du auch merken, dass sexuelle Treue nicht mehr an Stelle Nummer 1 bei dir stehen wird. Das steht es vielleicht jetzt gerade, weil du so viel Angst davor hast, weil es für dich natürlich alles kaputt machen würde, aber das hast du nur deshalb, weil du weißt, weil du eigentlich denkst, dass dein jetziger Partner oder dein zukünftiger Partner eigentlich weit über deinem Niveau ist und du Angst hast, ihn deshalb zu verlieren. Deshalb, Grund Nummer 1, wenn du Angst hast, dass dein Partner zu weit über deinem Niveau ist, erhöhe einfach dein eigenes. Ja, und dann seid ihr auf einem Niveau und dann kannst du den Partner halten. So macht man es. Und man macht es nicht, indem man den Wert des anderen Partners runter macht, wie es viele P-Ways lehren und machen wollen. Ja, genau das Gegenteil. Bringe deinen eigenen Wert einfach nach oben und du wirst sehen, Fremdgehen ist für dich kein Thema mehr. Das ist für mich der größte Garant dafür, dass dein Partner dir sexuell treu ist. Und zwar, indem du ständig an dir selbst arbeitest und dich immer weiterentwickelst, dein Ziel vor Augen hast und dahin marschierst. Dann bist du auch jemand, dem man folgen kann. Selbst auch wenn du eine Frau bist, du sollst immer ein Ziel haben, wo du hingehst, dann kann dein Mann dich dabei unterstützen. Dein Mann hat nicht das Gefühl, dass du nur zu Hause rumhockst und dass dein Leben keinen Sinn macht, weil du einfach eine von den Frauen bist, die kein Leben hat. Ja, deswegen sei eine Frau, die ein Leben hat. Sei ein Mann, der ein Leben hat und dann wirst du sehen, dass sobald du keine Angst mehr vorm Vergleich hast und nicht mehr eifersüchtig bist, dass es dann Loyalität sein wird, nach der du dich sehnst und die Sehnsucht nach einem ewigen Partner fürs Leben und darüber hinaus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann smash jetzt den Like-Button, gib dem Video 50 Likes, bei 50 Likes kommt das nächste Theorie-Video raus, also gib dem Video jetzt einen Daumen nach oben und wenn dir das Video gefallen hat, dann geh auch gleich nach dem Outro auf die Flirt Empire Webseite auf www.flirtempire.com melde dich dort an und schau dir auf jeden Fall an, welche Coaching-Angebote ich für dich anzubieten habe momentan. kurze Information noch am Rande, Januar sind jetzt noch zwei Einzelcoachings verfügbar, Februar noch drei, also falls du geplant hast, irgendwie in dieser Zeit ein Einzelcoaching bei mir zu machen, sei ein bisschen schneller, weil es ist rar gesät, ich habe jetzt Klausurenphase, ich muss ein bisschen mehr lernen als sonst, deswegen habe ich nicht so viel Zeit und deshalb auch gerade die Information. Also ich freue mich drauf, dich zu sehen auf www.flirtempire.com Wir sehen uns dort, bitches. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.